wenn er das verpläst und äh erstmal gucken... Jo, also klar, gut. Jetzt sind wir mal so in der Sache bei Epic Game 3, Leute. So, und äh, ja, willkommen zurück zu... Kommen & Conquer, I love for... Farrot! I love for Farrot 2, Juris Rache! Kampagne? Neue Bauoptionen. Mission 2. Ja. In der letzten Part haben wir ja, ähm... Chronosphäre bereit. Sehr gut, ähm... Unsere Waffe steht unter Beschuss. Produktion läuft. Ähm... Reparatur läuft. Einheit verloren. Ich bin Ihr Mann! Produktion abgeschlossen. Ziel wählen. Chronosphäre aktiviert. Nichts kann uns aufhalten. Gebäude verlassen. Wir werden sie zermalmen. Einheit bereit. Einheit verloren. So. Äh... Ja. Im letzten Part haben wir ja sehr gut alle Fleischwölfe... Einheit verloren. Was für eine Einheit? Ähm... Egal. Ähm... Und unsere neue Mission lautet nun, alle Einheiten von Juri zu... Das war der alte Gebäude... Von Juri zu finden, zu zerstören, zu zerstückeln, äh... In den Luft zu sprengen, wie auch immer. Ähm... Ja. Grün, gemein und unsichtbar. Gut. Einheit verloren. Klar doch! Nö, ich weiß wo. Nö, ich weiß. Ausmarschieren! Oha! Ja, dann machen wir das. So. Äh, ja. Juri, ähm... Hat... Gebäude eingenommen. Hier, ähm, rum ein paar... Ein... Er... Er beschützt Hollywood! So, ähm... Das... Er hat jede Menge Gatling-Geschütze patrouilliert, wie ich sehe. Hier oben auf dem Hügel. Darum ist der Bauhof, den wir... Den wir erstmals... Systematisch auseinandernehmen werden. Produktion läuft. Das war ich meine Freunde! Neues Ziel erhalten. Die Prisma-Panzel! So, komischerweise kann die... Brücke nicht in die Luft springen, warum auch immer. Hm. Ich wollte schon gerade sagen, wo ist mein Sammler hin? Einheit beleid. Gut. Alles ehrlich, alles ehrlich, alles gut, alles schön. Gebäude verlassen. Oder? Geschafft! Dann gehen wir mal in das Gebäude hier rein. Gebäude eingenommen. Abgebrochen. Produktion läuft. Einheit verlassen. Warten darauf, dass die Chronosphäre breit ist. Einheit verlassen. Was liegt an? Die Show rollt. So, also warten wir nur noch darauf, dass die Chronosphäre bereit ist. Damit sie ein paar Einheiten teleportieren kann. Einheit bereit. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns hier oben ein und arbeiten und uns dann systematisch... Und zureichen die Credits. Halt die Fresse da. So. Chronosphäre bereit. Und arbeiten uns dann so systematisch... Und nehmen wir dann von oben die Basis auseinander. So. Wie würde ich das mal mal so sagen? Ziel wählen. Etwas schattengefällig. Arbeiten uns vor. Ziel wählen. Chronosphäre bereit. So. Dann kann die Show ja losgehen. Chronosphäre aktiviert. Linsenrotoren überprüft. Linsenrotoren überprüft. Haha. Fremdrevolution abgeschlossen. Sehr gut. Prisma Panzer Einsatzbereiche und Sensoren überprüft. Lichtleitung intensiviert. Einheit befördert. Genau. So, wenn wir den Bau erstmal weggebombt... Vergrößungsgrenzen aktiviert. Können uns jetzt mal um die rechtlichen Gebäude kümmern. Ich hoffe mal, dass das jetzt... Genau so gut funktioniert wie, ähm... Ich mir das auch denke. Boah, Alter, die wollen ja alle schon mal. So. Vergrößerungskritten aktiviert. Einheit befördert. Einheit bereit. Reflexion ist überrechnet. Unsere Basis ist unter Beschluss. Was denn? Wo denn? Bin da oben aber umräumt. Ach, ein bisschen angekratzt entkrumm. Steht euch mal nicht so an. So, ähm... Mehrfach Spiegellinsen klar. Linsenrotoren überprüft. Zielkoordinaten erfasst. Vorsicht! In die Schlechtung. 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 Das ist die Schlechtung. Die Schlechtung. In die Schlechtung. Einheit wird gefördert. Einheit wird gefördert. Einheit wird geönt. Einheit wird geönt. Oh. Boah... Sind die Bäume nicht wunderschön? Glechtung. Sensorisch stabil. Okay, ihr habt es geschafft. Erstmal. Ich würde meinen Sammler. Sammler, du kannst auch da noch mich immer sagen. Wird abgebaut. Unzureichende Credits. Sind die Bäume nicht wunderschön? Hier stehen nur wir Bäume. Wir taten. Einheitsbequenz. Sehr gut. Überraschung. Heimlicher Angriff. Ha ha. Heimlicher Angriff. Sind die Bäume nicht wunderschön? Zeit für einen Hinterhalt. Einheitsbereit. Überraschung. Wandelnde Bäume. Einheitsverloren. Überraschung. So. Er hat noch jede Menge Gebäude. Das weiß ich. Gestoppt. So. Aber. Hier stehen nur wir Bäume rum. Mal sieht man uns, mal nicht. Das ist mir jetzt sowas von scheißegal. Chronosphäre bereit. Jawohl. Die Chronosphäre ist bereit. Chronosphäre bereit. Achtung. Chronosphäre aktiviert. Ha ha ha. Das liegt an. Produktion läuft. So. Produktion abgeschlossen. Premiergebäude ausgewählt. Streaming. So. Dann brauchen wir noch einen Chronologen. Kostet 1.500 Euro. Macht aber nichts. Denn dafür. Uah. What the fuck? Okay. Juri hat vorne seine Basis sehr gut aufgebaut. Hm. Respekt. Aber dafür hat er hinterher seine Verteidigung vernachlässigt. So können wir ihn von hinterher nämlich sehr gut überraschen. Einheit bereit. Was? Wo ist er? Ich bin weg. Ja, du bist weg. Das weiß ich. So. Abbau läuft. Ist mir egal, ob ich mutern. Okay, er hat er sehr, äh, sehr, sehr schöne Verteidigung. Der hinten hat er noch so nah. Aber das wird ihm auch nichts nützen. Das perfekte Versteck. Arbeiten uns vor. Hier stehen nur wir Bäume rum. Eine natürliche Zuflucht. Wieder einer für den Schrottplatz. Wieder einer für den Schrottplatz. Getarnt. Haha. Geschrottet. Ich bin gut. Das perfekte Versteck. Mal sieht man uns, mal nicht. Zeit für einen Hinterhalt. Woher? Okay, warb, 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 warb. Ich bin verloren. Ja, war klar. Oh. Oh, hallo, Sir. Erd-Sammler unter Beschuss. Laden wir das Zeug ab. Überall Krieg. Ja. So. Risma-Panther einsatzbereit, Sir. Vergrößerungslinsen aktiviert. Ja, ich bin auch einsatzbereit. Ja. Pfeil Puff, weißt du. Ho, ho. Ich bin für den Müllert aus. Hm? Ich bin für den Müllert aus. So, ähm, ja. Chronosphäre ist einsatzbereit. Ziel wählen. Chronosphäre bereit. Dann wählen wir mal. Chronosphäre aktiviert. Prisma-Panther einsatzbereit, Sir. Vergrößerungslinsen aktiviert. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Was? Ey, wohin schießt du, Junge? Ach so. Aufschwerden nicht möglich. Prämiergebäude ausgewählt. Oh, gut. Unzureichende Credits. Pumps auswählen. Keine Spur. Prisma Sensoren stabil. Lichtenergie wird fokussiert. Zielkoordinaten erfasst. Einheit bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit verloren. Einsatz erfolgreich. Gute Arbeit, Kommanderer. Schnell an. Was hat die Zivilverluste in der Stadt auf ein Minimum beschränkt? Jury hat eine wichtige Einnahmequelle für seine Pläne genommen. Agentin in Hollywood bietet bereits Unsummen für ihre Biografie. Hm. Schön. Wir empfangen gerade über Satellit eine Videoübertragung, Kommander. Von Milliardär Bing. Er ist der Vorsitzende der Massive Soft Corporation in Seattle, Washington. Ich verbinde sie jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich online bleiben kann. Jury's Truppen schleichen über das ganze Massive Soft-Firmengelände. Er hat abschussbereite Atomraketen und droht ganz Ziertel einzuäschern, wenn ich seinen Geldforderungen nicht nachkomme. Außerdem zwingt er unsere Entwicklungsabteilen. Spezialprojekte. Genetische Software. Ja gut. Einsatz hinein. Vernechten Sie Jury's Atomraketen. Einsatz ist voll. Befreien Sie das Fremde. Eintreffende Nachricht. Satellitenaufklärung bestätigt, dass Jury ein einsatzbereites Raketensilo in der Gegend hat. Diese Raketen auszuschalten ist unser vorrangiges Ziel. Wir haben unsere eigene Superwaffe. Eines von Einsteins Wetterkontrollgeräten. Setzen Sie es gegen dieses Silo ein. Und zwar ein bisschen plötzlich. Das hier ist die Space Needle, Kommander. Wenn Sie die mit ein paar GIs besetzen, haben wir einen ausgezeichneten Blick über die Stadt und können viel besser sehen, was Jury's Truppen vorhaben. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich dem Firmengelände von Massifsoft nähern, Sir. Jury hat rund um das Hauptgebäude Wachen postiert. Wir können es uns nicht leisten, überrascht zu werden. Gefechtskontrolle online. Gewitter! Also, nachdem wir nur Jury's Haupteinnahmequeletron genäht haben, hat sich der Verrückte so in den direkten Vorgehensschutz. Er hat ein Atomraketensilo in den Ziel errichtet und benutzt es und geht um Fachwissen von der Massifsoft Cooperation zu erpressen. Wir müssen die Stadt und Massifsoft vor Jury's nukleare Bedrohung retten. Einsatze 9, vielleicht in die Jury's Atomraketensilo und einsatze 5, befreien Sie das Firmengelände von Massifsoft. ...Gewittersturm bereit! Oder? Geschafft! Gut! Gebäude eingenommen! Ziel wählen! Achtung! Gewittersturm aktiviert! ...Aua, mitochondria, oder mit CONNECANDENT! Auf! Achtung! Atomraketen ist gesündet! Achtung! ...Eine, oder? Ah, das war schon klar. Wir sind unzerstörbar! Was haben wir, Sprecher nehmen wir an dieser Stelle ab? Ja, Sir! Schon unterwegs, Sir! Praktisch und vielseitig! Einheit verloren! Wir sind unzerstörbar gestartet! Vernichte sie! Hol sie raus! Einheit befördert! Wer war der Anweisung? Ich hab ihn in den Biss hier! Fahrzeug bereit! Angriff wird gestartet! Training! Einheit bereit! Da kenn ich mich aus! Ich komm nicht zu spät! Brauchen Sie eine andere Version? Jupp! Jupp! Auf Geschwindigkeit getrimmt! Läuft butterweich! Auf Geschwindigkeit getrimmt! Ich hinterlasse nur eine Staubwolke! Auf Geschwindigkeit getrimmt! Läuft butterweich! Einheit befördert! Da kenn ich mich aus! Ausgezeichneter Arbeitkommande! Wir können Anpassungen vornehmen! Unsere Wetterkontrollstation ist wieder in Betrieb! Schnell und leicht! Unterwegs! Auf Geschwindigkeit getrimmt! Ich hab die Werkzeuge! Einheit verloren! Auf dem Weg! Ich komm nicht zu spät! Wir können Anpassungen vornehmen! Läuft butterweich! Läuft butterweich! Unterwegs! Läuft butterweich! Schnell und leicht! Training! Läuft butterweich! Auf Geschwindigkeit getrimmt! Ich habe die Pläne hier Warum bestehen Sie darauf, sich einzumischen? Gratuliere, Commander Wir holen ein paar Scharfschützen dazu, damit Sie die Anlage besser verteidigen können Juri wird mit Sicherheit versuchen, Sie sich zu schnappen Einheit verloren Einheit verloren Unsere Basis steht Verstärkung eingetroffen Einheit befördert Einheit verloren Fechtgebäude verloren Einheit befördert Verstärkung eingetroffen Reparatur läuft Einheit verloren Schnell und leicht Ein sicherer Treffer Einheit verliebt Einheit verliebt Einheit verliebt Einheit verliebt Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Part Gefechtskontrolle beendet Euer Klick in das Wort reinzahlen Slip-Termin-Sport-Faktor und Laufs-Raus-Sand Tschüss Das ist es Das ist das Das ist das